Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, also seit gestern, seit Mittwoch, dem 16.11. ist folgendes draußen, für eine bestimmte Zeit. Dieser Händler, Twinkle Twinkle irgendwas, der heißt Funkel Funkel, den findet ihr entweder in Nord-Wern, also in Wern-Castle, hier unten. Oder ihr findet den in Punica, wenn ihr in Punica seid. By the way, die Map ist insane geil. Nia Village, ja, und dann findet ihr, ist der hier? Genau, direkt neben den Teleporter, ja. Dort findet ihr den. Folgendes, das ist so ein Geheimtipp, ich weiß nicht, ob das immer noch funktioniert, also ob das, wenn ihr das seht, immer noch aktuell ist, aber könnt ihr ja nachschauen. Folgendes gibt es, ihr könnt mit jedem eurer Charaktere, könnt ihr diese Kisten kaufen, ja. Die kosten euch 300, also 3000 und ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Materialien hier rauszubekommen. Ja, ich kaufe jetzt mal alle 10 hiervon. Dasselbe gibt es hier ab 1460 auch nochmal, ja. Diese Materialien, äh, diese Kisten und die Materialien da drin sind gebunden. Das ist sehr, sehr wichtig, daran müsst ihr denken, ja. Folgendes. Wir haben jetzt 9k ausgegeben, 6k für die und 3k hierfür. Wir schauen mal, was das Value sagt bei den Sachen, die wir bekommen haben. Jetzt achtet mal, das ist absolut insane. So, alleine diese hier, ja. Wir schauen mal eben kurz in den Markt rein. 3000 Gold habe ich gezahlt, ne, 3000. Ähm, wir gehen einfach mal auf, äh, Enhancement, zack, auf die letzte Seite. So, die liegen gerade bei 440, sagen wir 440 Gold. 440 Gold, wir haben 6 Stücke dropped, das heißt, wir sind bei, äh, 2600 Gold. Wird alleine damit 2600 Gold gemacht, ja. Also der Wert von 2600 Gold, easy. Die sind nicht handelbar, aber ihr müsst die nicht kaufen, ja. Ihr solltet die nur holen, wenn ihr die Materialien braucht. Also 2600 Gold, alleine das hier wird. Nur das hier, ja. Ja, okay, ja, okay, ich bin disconnected, nice. Ich komme sofort wieder, ja. Ja, wobei, vielleicht komme ich direkt, ne, ERC offline. Vielleicht, äh, disconnectet er mich. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ähm, anscheinend wollte Loster Arck nicht, dass ich euch den Trick zeige. Äh, ihr habt gerade gesehen, ja. Enhancement materials, blablabla, ja. Äh, ganz auf der letzten Seite. 490, äh, 448, ja. Ähm, 448, wir haben 2600 Gold damit gemacht. Die Kiste kostet 3K, ja. Ähm, 30 Stück hiervon, ja. 30 Stück alleine davon. Die kosten jetzt gerade, äh, jetzt gerade, habe ich die markiert? Ja, habe ich. Äh, die kosten jetzt gerade 45. Gehen wir davon aus, dass die 40 kosten, ja. 40 mal 30. Einfach 1200 Gold zusätzlich. Plus die 2600 Gold, ja. Also sind wir locker über den Wert von 3000. Äh, die hier kosten ungefähr 10 Gold jetzt aktuell, ja. 10 Gold pro, äh, 100, äh, pro 10 Stück. Das heißt, du bist hier bei knapp 4K Gold. Ungefähr, Pi mal Daumen, ja. Hier, äh, kommt das hin? 400 mal 10, ja, klar, 4K Gold. Ähm, so, easy. Und die kosten gerade 1 Gold, also bist du bei 200 Gold. Alleine dieses Value ist ja insane. Jetzt guckt euch an, das ist jetzt das, was wir bekommen haben, ja. Jetzt achtet mal drauf, wie viel wir noch aus der anderen Kiste kommen. Das war es auf jeden Fall wert. Wenn, wenn wir überlegen, 4000 Gold, ja. Äh, 6000 Gold plus das hier nochmal 1200. Also 7000 Gold aus einem Value von 3K Gold. Absolut insane, ja. Und jetzt als nächstes die, die, äh, ganz große Kiste. So, nochmal. Das ist, Alter, das ist so insane. Das ist so insane. Wir haben zwei Kisten, zwei hiervon bekommen. Wir haben jetzt einen kompletten Stack zusammen. Wir sind jetzt bei 16.000 Gold alleine hiermit. 16.000 Gold. Und wir haben 9.000 gezahlt. Einfach 7.000 Gold plus gemacht. Plus das, was wir hier noch haben. Das ist insane. Also, solange die Preise noch so sind, wie sie sind, ja. Und ihr wollt upgraden, kauft euch diese Kiste. Die Sachen sind natürlich gebunden, aber das ist egal. Auf lange Sicht gesehen lohnt sich das. Ja, besser als jetzt die einzelnen Materialien. Da könnt ihr lieber die, die gebunkerten Materialien, die ihr jetzt habt, ja. Diese hier könnt ihr lieber verkaufen und diese nehmen. Habt ihr mehr von, ja. Ja, nur so als Beispiel. Also, das ist so crazy. Ich komm darauf nicht klar, dass die sowas hier reinbringen. Es ist zwar absoluter Gold-Sink und das, ähm, Dinge zuerst, es kostet relativ viel Gold, ja. Aber er macht so viel Plus aktuell. Das ist lächerlich. Äh, den Tipp wollte ich euch nur mitteilen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Ja, solange, ganz wichtig, das Video ist vom 16.11.22. Ob das jetzt, wenn ihr es schaut, immer noch aktuell ist, weiß ich nicht, ja. Ähm, achtet darauf auf jeden Fall. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Viel Spaß beim Hauen. Viel Erfolg. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.